Hi, ich bin Kim. Willkommen zur Podcast-Oma. Moment, die klingt gar nicht für eine Oma. Denkst du jetzt vielleicht, das ist richtig. Ich bin nicht die Podcast-Oma, sondern ihre Enkelin. Meine Oma, Oma Inge, ist 1926 geboren und hat einiges zu erzählen. Weshalb ich dachte, komm Oma, lass uns doch einfach mal einen Podcast zusammen machen. Damit auch andere Leute deine Geschichten hören können. Nachdem ich ihr eine halbe Stunde erklärt habe, was eigentlich ein Podcast ist, war sie sofort begeistert. Und seitdem treffen wir uns jede Woche mittwochs und quatschen einfach ein bisschen. Falls auch du Fragen oder Themenvorschläge hast oder meiner Oma einfach mal liebe Worte dalassen willst, schick ihr einfach eine E-Mail an inge-at-die-podcast-oma.de Und jetzt viel Spaß. Hallo Omi. Hallo mein Schatz. Heute wollte ich mal mit dir quatschen über Klamotten. Über Mode, über Modetrends, über Angesagtes oder auch vergangene Modetrends. Meinst du, dass ich davon viel verstehe? Ja. Ich meine, du hast ja immerhin auch viel schon genäht. Ich bilde mir auch ein, etwas verstanden zu haben von der Mode. Aber mit der heutigen Mode, da denke ich, komme ich nicht mehr mit. Weil ich manches so furchtbar unansehlich finde. Aber ihr sagt mir dann immer, Oma, das ist modern. Davon verstehe ich nichts mehr. Nee. Also es geht mir tatsächlich auch schon so, dass ich manche Sachen, die gerade so verkauft werden, die verstehe ich einfach nicht. Nein, nein, nein. Das ist ganz schlimm. Und deshalb verstehe ich dich auch, dass du dir die Hände über dem Kopf zusammenschlägst bei manchen Sachen. In manchen, ja. Ja, zum Beispiel kommt dieses Jahr wieder oder schon seit letztem Sommer der Trend, diese riesigen hohen Schuhe, die aussehen wie ein Elefantenfuß. Kennst du die? Die bis zum Knöchel gehen oder noch höher, ne? Bis zur Wade, oder? Ja, die haben so einen dicken, durchgehenden Absatz. Ah, die Keilabsatzschuhe? Nee, keine Keilabsatzschuhe, so richtig dicke. Warte, ich zeige dir die mal kurz. Nein, die kenne ich gar nicht, nee. Oh Gott. Und wie findest du die? Für meinen pommerschen Einheitsfuß wären die nicht schlecht. Aber für einen schlanken, jungen Mädchenfuß ist er ein bisschen klobig. Furchtbar. Ja. Ja, aber welche Modetrends findest du furchtbar? Oder was kannst du nicht verstehen? Diese großen Hosen zum Beispiel, so Hosen, die bis im Schritt hängen. Na, überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht leiden. Aber es gibt nicht mehr so viele Hosen. Ja. Man sieht nicht mehr so viel, nein. Nein, dann kann ich vor allem nicht leiden, aber das ist modern, bitte entschuldige das. Wenn man unter einer Jacke etwas trägt, was zehn Zentimeter vorguckt. So ging man früher nicht. Früher war alles einheitlich. Auf einer Länge. Ja. Und wenn es, man guckte sich, wenn man wegging, ja in den Spiegel. Ja. Und wenn was vorblitzte, nein, Jacke aus, dann kam eine längere Jacke. Aha. Aber so wie man heute geht, sieht mitunter abschollig aus. Weil es vorne hat man ja Busen und wie ich im Bauch, denn guckt nichts vor. Aber hinten ist man schlanker, da guckt natürlich was vor. Ich finde es nicht schön. Aber so ist nun mal die Mode. Ja. Du hast neulich erzählt, dass deine Oma fast immer nur schwarz trug. Ja. Nicht Trauer. Einfach so täglich. Und wenn man sonntags in die Küche ging, auch schwarz. Natürlich, erst recht. Erst recht schwarz. Aber nicht nur meine Oma. Alle, ja, die trugen alle schwarz. Also so 1930, 30er Jahre. Ja. Ja, 30 bis 40, kann ich sagen. Und warum meinst du, war das so? Weil es einfach nicht viele schöne Stoffe gab? Oder weil sie sich nichts draus gemacht haben? Ich denke, die haben sich nicht getraut, etwas Bundes zu tragen. Warum? Vielleicht hatten sie eine Scheu vor ihren Männern. Also ich weiß es nicht. Dass sie nicht auffallen wollen, weil die Männer sonst auf sie aufmerksam wurden. Meinst du daran nachküssen? Ich weiß es nicht, Manuela. Kim, Entschuldigung. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Aber ihr Kinder, ihr hattet ja immer fröhliche Farben, oder? Ja. Also ich habe von meiner Mutter immer bunte Sachen bekommen. Aber guck zum Beispiel, als meine Mutter starb und meine Oma, mütterlicherseits, zu uns in den Norden kamen und meinen Vater und uns versorgte. Die hat mir Strümpfe gestrickt. Ja, keine bischfarbenen, nein, schwarzen. Und die musstest du dann auftragen? Natürlich. Und die piekten wie die Pest. Ja, warum hat man mir nicht grüne oder blaue angezogen? Aber schwarze. Einem sechs-, siebenjährigen Kind schwarze Strümpfe anzuzahlen. Ja, sowas furchtbares. Ja, und die heutigen Frauen zum Beispiel aus Spanien und ich glaube auch aus Italien, in der Witwenzeit ziehen die ein Jahr lang nur schwarze Kleidung an. Die trauern mit Schwarz. Und ich habe mir eingebildet, früher, als ich da ein bisschen älter wurde, die haben alle Trauer. Ja, nö, die hatten keinen Trauer. Die trugen Schwarz, weil sie es gewöhnt waren von ihren Eltern. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn ich mir jetzt denke, als ich noch ein Kind war, dann ist die Mama öfter mal mit mir einkaufen gegangen und ich habe eigentlich dann immer irgendwas zum Anziehen gehabt. Also der Schrank war eigentlich komplett gefüllt. Und wenn dann irgendwie, wenn man einkaufen war und man was Nettes gesehen hat, dann hat man das einfach gekauft. So geht es mir eigentlich auch noch, wenn ich heute irgendwo bin und ich sehe was. Heute auch. Habe ich eine schöne Bluse gesehen mit Herzen drauf. Habe ich die mir gekauft. Und die Hose, genau. Aber ich denke, früher war das nicht so, oder? Nein, früher hatte man auch wahrscheinlich nicht das Geld dazu. Das heißt, du hattest in deinem Kleiderschrank wie viele Sachen? Hatte oder habe? Hatte. Also als du so alt warst wie ich jetzt oder ein bisschen jünger, wie viele Sachen würdest du schätzen hattest du da in deinem Kleiderschrank? Acht bis zehn. Echt? Ja. Wow. Findest du das viel oder wenig? Nee, das finde ich sehr wenig. Also ich habe bestimmt 200. Ja. Ja. Krass. Okay. Das heißt, du hattest was, ein Sommerkleid, ein Frühjahrskleid, ein dickes Winterkleid, eine Hose. Nein, Hosen trugen wir keine. Die gab es für Kinder nicht. Und dann wurde noch unterschieden in Alltag und Sonntag. Heutzutage, glaube ich, zieht man am Donnerstag auch das an, was man am Sonntag trägt. Ja. Ja. Sonntags nur Jogging. Das heißt, wenn dann ein Kleid von dir einen Riss hatte oder du irgendwo hängen geblieben bist, dann wurde das gepflegt, so oft wie es ging. Ja. Also wenn du das zehnmal kaputt gemacht hast, wurde das zehnmal gepflegt. Aber nach zehnmal nicht, denn meine Mutter hatte Gottlob ja, das Talent zu schneidern. Und dann hat sie gesagt, nein, das können wir so nicht mehr anziehen. Aber ich weiß es nicht weg, ich mache da noch was draus. Wenn man natürlich nähen konnte, konnte man aus allen Sachen was machen. Und hat sie nur für euch genäht oder auch für andere? Auch um sich Geld zu verdienen. Ja. Was hat damals so ein Kleid gekostet? Kannst du dich noch erinnern? Nee? Nein. Weil wir ja kaum was gekauft haben. Nein, nein, kann ich nicht sagen. Aber es gab dann Stoffläden und da habt ihr dann euch einen Stoff ausgesucht? Ja. Das hat meine Mutter mir ausgesucht. Ich habe keine Stoffe ausgesucht. Ich hatte ja auch keine Ahnung von Stoffen. Denn es wurde auch sehr darauf geachtet, ob man das Stück waschen kann. Denn das war ja wichtig. Auch heute bin ich immer noch schnell dabei und gucke nach, kann ich es waschen? Aber du würdest sagen, dass du jetzt auch noch ein bisschen diese Mentalität in dir drin trägst, dass du Sachen nicht einfach wegwirfst oder du stoppst viel und du nähst wieder was zusammen? Natürlich. Stopfen tue ich gar nicht mehr. Aber wenn was kaputt geht, eine Naht oder was zu lang oder zu kurz ist, da versuche ich schon etwas auszubessern. Finde ich gut. Und du kaufst ja auch nicht so oft neue Sachen, oder? Nein. Ich habe vor kurzem beschlossen, mir nie mehr was Neues zu kaufen. Ja. Weil ich denke, ich trage das nicht auf. Auftragen hat man früher gesagt, wenn man etwas kaufte. Das ist aber teuer. Aber das trage ich ja bestimmt drei Jahre. Also dann ist es nicht teuer. Okay. Aber heute trägt man das vielleicht einen Sommer. Ja. Mutti hat mir zum Beispiel kürzlich zwei wunderhübsche T-Shirts, glaube ich. T-Shirts, ja, mitgebracht, geschenkt. Oh, magst du die nicht mehr, Manuela? Das ist doch so hübsch. Ach, das habe ich doch schon zwei Jahre. Und als ich es nächstes Mal anzog zum Nähen, haben die Damen alle gesagt, oh, hast du ein nettes T-Shirt an. Da habe ich gesagt, ja, das besaß meine Tochter schon zwei Jahre. Ja, und, haben die dann gesagt, das war schon zu lange. Es gab ja früher auch vielleicht in einem kleinen Dorf oder in der Stadt, gab es ja vielleicht nur ein oder zwei Boutiquen, wo man was einkaufen konnte. Und wenn einem das nicht mal gefallen hat, ja, dann konnte man langsuchen. Nein, Boutiquen kannten wir gar nicht. Wann kanntest du eine Boutique? Wann ich die zum ersten Mal? Hier in Stuttgart. Echt? Ja. Drüben gab es keine, da drüben gab es nur H.U. Leben. Das heißt, du warst nie wirklich shoppen? Doch, das war ich auch, ja, aber hier in Stuttgart. Aber da warst du ja schon älter. Ja, natürlich war ich da älter. Ja. Und wann warst du dann das erste Mal so shoppen? Wie alt ich da war, meinst du, ne? 45. Also, dass du das erste Mal losgegangen bist und dir ein paar Sachen gekauft hast? Weil man sich früher ja nur dann etwas gekauft hat, wenn man etwas braucht. Also sprich, zu irgendeinem Fest eingeladen oder zu einem Abschied eines Kollegen oder einer Kollegin, wolltest du auch was Nettes anziehen? Du konntest nicht deins anziehen, weil du das bereits schon voriges Jahr einmal anhattest zu dem Fest. Also musste was Neues, obwohl ich glaube, dass die Betreffende nicht mehr wusste, was ich vor einem Jahr anhatte. Aber okay, man hat sich dann ein neues gekauft. Aber das nannte ich nicht shoppen. Ich bin gegangen zum Einkaufen, weil ich was brauchte. Shoppen ist für mich angucken und kaufen oder auch nicht kaufen. Also angucken, von einem Laden zum anderen gehen, abwägen, was schön ist, was billig ist, was günstig ist, das ist für mich shoppen. Für mich ist shoppen so 20 Sachen in den Einkaufskorb, alles anprobieren und dann so 10 Sachen davon kaufen. So viel Geld hatte ich leider noch nie. Habe ich auch nicht, aber ich gebe es trotzdem aus. Ja, jeder macht es so, wie es kann. Ja. Aber ich glaube, ich mache das so, weil ich es halt auch nur so kenne. Also wenn ich früher mit Mama einkaufen war oder sie hat gesagt, komm, heute gehen wir mal shoppen, dann durfte ich mir Sachen aussuchen, die ich schön fand und die habe ich dann bekommen. Deswegen kenne ich gar nicht so, du brauchst jetzt Schuhe und wir kaufen jetzt nur ein paar Schuhe. Das kenne ich nicht so. Du hast auch eine sehr großzügige Mutti. Familie, ja, das stimmt. Ob das Papa oder Mama ist, ich möchte dir nur mal ein Beispiel erzählen, aber das habe ich dir bestimmt schon dreimal erzählt. Ich war 18 oder 17 Jahre alt und sah in einem Schuhgeschäft ein paar Schuhe stehen. Sommerschuh, rot, weiß. Ich trage heute noch gern zweifarbige Schuhe. Und diese Schuhe haben 23,90 Euro gekostet. Mutti, kriege ich die? Nein, so teure Schuhe. Ich habe sie nie bekommen. Und ich muss immer wieder daran denken, ich werde das gar nicht los, weil die Schuhe so bildschön waren. Waren es flache Schuhe oder hohe Schuhe? Ein Sommerschuh, also mit Riemchen, rot, weiß. Gott, was waren die schön. Aber ich lebe heute noch. Vielleicht findest du ja mal wieder rot, weiße Schuhe. Ja, ja. Würdest du die dann kaufen? Nein. Nein. Warum? Weil ich Quadratlatschen habe und die Schuhe bestimmt nicht mehr tragen kann. Aber ich hatte ja noch nicht so viel Geld. Also ich durfte mein Geld damals nicht für mich verbrauchen. Echt? Für was dann? Ich musste etwas Kostgeld abgeben, aber das, was übrig blieb, war so wenig, dass ich froh war, wenn ich dir dann jeden vierten, fünften Tag ein Eis kaufen konnte. Oder irgendwas anderes Süßes. Und woher hattest du das Geld? Ja, da hab ich auch schon gearbeitet. Mit 16 fing ich an zu arbeiten. Also hab wenig verdient. Jeder hat wenig verdient. Aber es war trotzdem schön. Welchen Trend ich auch überhaupt nicht verstehe, Oma. Der Trend, dass man sich neue Klamotten kauft, in denen schon Löcher drin sind. Verstehst du den Trend? Nee. Nee? Ach so, wie diese Jeans, die am Knie schon kaputt sind. Die üben, es gibt auch Jeans, die sind komplett, die haben hier überall Löcher drin, so Schlitze drin. Hast du noch nie gesehen? Nein. Ja, aber... Also findest du das schön? Nein. Du kennst doch Michael in Augsburg. Und der hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und als das Mädchen Flüge war, also so 15, 16, waren der Opa und ich mal da und haben sie besucht. Und sie brachte ihren Freund mit, Bettina. Und der Freund hatte ein Loch in seiner Jeanshose. Und keiner sagte was über dieses Loch. Bis ich die Bettina bat, ihren Freund so weit zu bringen, dass der seine Hose in einem anderen Zimmer auszog und sie mir gab, damit ich sie ihm nähte. Ja, so hat man darüber gelacht, wie du jetzt. Ich kenne auch Leute, die haben bei ihrer Oma übernachtet und hatten eben auch so eine Hose dabei. Und die Oma hat sie dann heimlich zugenäht, die Löcher. Ja, so hätte ich auch mal gesagt. Und was haben die dann gesagt? Nee. Nein, um Gottes Willen, Tante Inge, das ist schick. Das trägt man heute so. Da war die Welt für mich nicht mehr in Ordnung. Ja. Dass man mit Löchern auf die Straße geht. Das ist schon verrückt. Es gibt sogar auch T-Shirts, wo Löcher drin sind. Wie als hätte eine Motte da drin drei Jahre gelebt. Aber so seid ihr nicht mehr, dass ihr das schön findet. Nee, 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 nee. Aber vielleicht hättet ihr das vor 15 Jahren auch schön gefunden. Ja, also wenn ich, bestimmt wenn ich jetzt so 15 wäre, würde ich das auch schön finden, natürlich. Warum? Weil alle das schön fanden. Ja, genau, weil ich dazugehören möchte zur breiten Masse. Und wenn man früher in die Schule kam und das Neueste nicht auch hatte, dann war man unten durch. Ja. Meine Mutter war mal hier. Wenn sie hier war, hat sie uns immer was genäht. So zum Beispiel deiner Mutti ein Kleid aus zwei verschiedenen Stoffresten. Das war übrig, sie brachte die mit von drüben, waren wunderschön. Grün und blau. Und Manuela zog es auch an in die Schule, kam nach Hause, zog sich sofort das Kleid aus. Ja, Manuela, warum ziehst du das Kleid aus? In der Schule haben sie gesagt, grün und blau trägt Kasperle seine Frau. Und sie hat das Kleid nie mehr angezogen. Oh nein. Und das war so schön. Wie gemein Kinder sein können, gell? Bitte? Wie gemein Kinder sein können. Ja, brutal. Ganz brutal. Naja, aber ihr nicht. Wir sind toll. Wie gespielt mit dem Bordeln. Aber nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber nein. Tarzanよろ.